Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode Bear and Breakfast. Ja, ist mal wieder soweit. Wir müssen schon wieder unsere Zimmer upgraden und haben das in der letzten Folge gemacht. Jetzt sieht es hier in Bergsee so aus. Wir haben hier zwei sehr luxuriöse Zimmer und die oben sind glaube ich auch ganz gut geworden. Hier, schaut her. Hier kann man jetzt richtig schön gemütlich übernachten. Wir haben hier eine coole Badewanne und ein schönes neues Waschbecken. Ja, das haben wir so gemacht. Jetzt gucken wir mal, was wir in dieser Folge so anstellen. Ich hoffe, wir können hier wieder einige von diesen Quests erledigen und kommen dann auch in der Story ein bisschen weiter. Ja, deshalb, jetzt laden wir uns erstmal wieder ein paar Gäste ein. Zwei Gästeanfragen haben wir und haben wir, unsere Schlafzimmer sind alle belegt. Na sowas. Wenn das so ist, dann geben wir doch mal die Quest ab. Hast du den Auftrag erledigt? Ja, na selbstverständlich haben wir das. Herzlichen Glückwunsch. Komfort ist immer die oberste Priorität der Porn-Voyage-Orte. Und wir fordern von unseren Agenten stets, dass sie die Einrichtungen selbstständig verbessern. Ja, prima. Kriegen wir ein Maßband. Okay. Cool. Die Gäste haben jetzt höhere Erwartungen an diesen Ort und zahlen auch mehr dafür. Ja, wunderbar. Sehr schön. Was haben wir denn mit dem Maßband? Ach ja, du hast das Maßband erhalten, womit du von überall aus bauen und herstellen kannst. Ach. Verwende den Bauen-Knopf in der Menüleiste. Das ist der hier. Das Hammer-Symbol. Ach was. Ohne die Werkbank. Wie cool ist das denn? Das funktioniert nur in Bereichen, wo du Strukturen bauen kannst. Ja, das ist klar. Okay. Das heißt, hier stehen wir jetzt. Hier können wir drücken. Ja, das ist ja cool. Das finde ich jetzt sehr sinnvoll. Finde ich gut. Gut. So. Was müssen wir jetzt an dem hier jetzt machen? Was können wir hier bauen? Eine Küche auf Stufe 2. Boah. Wollen wir den annehmen? Oder machen wir erst mal die anderen schnell fertig? Ähm. Wir nehmen die jetzt an, die Quest. So. Küche Stufe 2. Das können wir uns ja eigentlich mal angucken. Wir haben hier Küche Stufe 1. Aber wir haben ja noch gar keine Küche Stufe 2 Items, ne? Da können wir vielleicht mal hier bei Porn Voyage gucken am Auto. Natürlich gibt es da noch keine Items. Wäre ja auch zu viel gewesen, ne? Oder können wir doch was bauen? Wir können ja mal gucken. Herstellen. Küche. Wo haben wir Küche? Küche, Küche, Küche. Esszimmer? Küche. Ist alles Stufe 1. Mhm. Okay. Dauert also sowieso noch einen Moment. Von daher packen wir jetzt mal alles ein. Ähm. Wir. Müssen noch den Aufenthalt in Winterberry abgeben. Ähm. Ja. Müssen wir noch schaffen. Ich glaube, da haben wir ja sowieso schon Zimmer vermietet, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Dann gehen wir jetzt mal, ähm. Zur A24. Und machen das da mal schnell mit dem Badezimmer. So. Sind wir da? Erstmal wieder schön Müll aufsammeln, ne? Damit wir Deko kaufen können. Und dann schauen wir mal. So. Wir brauchen ein Badezimmer mit Stufe 2, ne? Haben sie gesagt. Wir haben, glaube ich, noch Items in der Tasche. Wir gucken aber mal eben ganz kurz. Genau. Objekt Stufe 1. Okay. Stufe 1. Öh. Ich dachte, wir hätten noch Badezimmerzeug in Stufe 2. Aber scheinbar nicht. Na gut. Können wir das denn herstellen? Ne. Das war der falsche Knopf. Hier müssen wir hin. So. Badezimmer. Wo ist Badezimmer? Hier ist Badezimmer. Stufe 1. Ach, das ist ja keine Toilette. Das ist ja ein Zapfhahn. Guckt mal hier. Das Symbol hier, ne? Sieht da auch so ein bisschen aus wie eine Toilette. Hm. Denkt ihr wahrscheinlich nicht. Aber gut. So. Stufe 2. Toilette. Badezimmer, äh, Badewanne. Und Waschbecken. Prima. Haben wir. Können wir also loslegen. Dann würde ich sagen, bauen wir mal dieses Badezimmer hier um. Zack. Inventar. Wo haben wir es denn? Hier haben wir die schöne Badewanne. Die stellen wir hier hin. Könnten wir eigentlich auch drehen, ne? Wie war das mit dem Drehen? Mit R. Na? So. Oh, jetzt wird es eng mit dem Waschbecken. Können wir das vielleicht hier hin machen? Das ist eng. Dann drehen wir die mal. So, dann machen wir das. Dann machen wir das so. Ach, Badezimmer auf Stufe 3. Mann, ich bin so ein Schaf. Ehrlich. Leute. Lesen will gelernt sein. Wirklich wahr. Na gut, können wir trotzdem machen. Stufe 3. Waschbecken. Zack. So. Dann machen wir das hier halt auf Stufe 3. Dann haben wir da wenigstens auch was Gescheites. So. Stufe 3. Badewanne. Hier müssen wir jetzt auch wieder hier irgendwie anders platzieren. So. Äh, Toilette. Die machen wir da hin. Und den, ne, das ist nicht der Waschtisch. Hier ist der Waschtisch. Direkt am Fenster. Machen wir so. Okay, so, dann haben wir das. Erledigt. Hier gehen wir jetzt schnell ab und dann gehen wir schlafen. Ja, wir haben den Auftrag erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Deine Fähigkeitsstufe hat sich verbessert. Auf. Achtung, keine Fähigkeit entdeckt. Vielen Dank dafür. Kommen wir so schnell wie möglich zurück, damit das Geschäft brummt. Ja. Wunderbar. Hat er auch wieder eine neue Quest für uns. Gucken wir uns mal an, was er hat. Weitere Verbesserungen sind möglich. Also verfügbar. Folgende Arbeit müssen wir erledigen. 15 5 Sterne Bewertungen. Boah, ein schicker neuer Mantel. Ja, müssen wir ja annehmen. So. Okay, wie sieht es hier mit unseren Zimmern aus? Hier haben wir drei leere. Okay. Zack, zuweisen. Zuweisen. Wir weisen einfach wieder alles zu. Damit wir erstmal Kohle kriegen. Okay. So, prima. Dann gehen wir mal nach Winterberry. Winterberry. Achso, schlafen. Gute Nacht, Hank. Mach mal eine kurze Pause. Kann ich nämlich einen Schluck Kaffee trinken. So. Hank, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Hallo, liebe Gäste. Viel Spaß im Hotel. Ist vielleicht nicht ganz die Siedlung, die ihr euch vorgestellt habt, aber werdet ihr bestimmt super finden. So, Winterberry. Gucken. Wie schaut es da aus? Für acht Gäste. Okay, da haben wir noch unsere Gäste. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken, wie warm es denn ist. Weil das dauert ja ein bisschen. Haben wir da noch genug? Ne? So. Zack. Zehn noch. Oh ja, gut, dass wir hier sind. Zack. Und da unten war doch bestimmt noch irgendwo was. Ja. Hauen wir gleich mal wieder voll. So. Wie viele Zimmer haben wir hier? Wir haben hier nur drei Zimmer. Okay. Da könnten wir hier eigentlich auch mal weitermachen. Wie viele Betten haben wir noch? Wir haben noch zwei von diesen blauen Betten. Also Stufe 2. Da haben wir noch Stufe 1. Stufe 1. Stufe 1. Ich würde das ja gerne verkaufen hier. Aber geht wohl nicht. Kann man das nicht zerstören oder so? Ne. Ist nichts. Okay. Also dafür müssen wir erstmal dann noch Betten herstellen. Hm. Kriegen wir hier vielleicht noch zwei Gäste, damit die Zimmer schon mal belegt sind? So. Was will der denn? 16. Wir haben 15. Und es ist natürlich wieder sehr warm bei uns. Wie wir das wohl besser geregelt kriegen? Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Das hätten wir ja auch noch hier. Das große Gebäude. Sollen wir hier mit dem großen Gebäude weitermachen? Oder bleiben wir bei dem kleinen? Ich würde jetzt erstmal hier bei dem kleinen bleiben. Leben. Okay. Wir machen nochmal ein Schlafzimmer jetzt. Jetzt müssen wir uns gut überlegen, wie wir das jetzt anstellen. Wir haben ja hier keine Tür oder so. Könnten wir denn theoretisch hier eine hinmachen? Oh ja. Ach, guckt mal hier. Das eröffnet ja völlig neue Möglichkeiten. Hm. So, Schlafzimmer. Was ist das eigentlich hier? Ach, das ist... Ach, das ist auch eine Tür jetzt. Okay. Ja, dann bleibt das erstmal so. Dann müssten wir fast hier weitermachen. Wie sieht es denn hier aus? Oberes Stockwerk. Erstmal auf. Wir planen mal hier Zimmer. Hier machen wir jetzt die Luxusdinger hin, oder? Dann machen wir richtig schöne, große Zimmer. Oh ja. So, die planen wir jetzt aber erstmal nur. So. Machen wir noch eins. Und dann müssen wir mal noch das Badezimmer machen. So, dann machen wir jetzt hier noch eins hin. Und hier daneben machen wir jetzt erstmal dann das Badezimmer. So, Fensterchen noch. Das hier ist das Dach, ne? Okay. Jetzt machen wir jetzt auch mal ein Badezimmer. Das machen wir direkt hier neben. Das machen wir jetzt auch mal einen Ticken größer. So. So. Äh, so. Aber hier könnten wir vielleicht das Stufe 2 reinmachen, ne? Wir haben doch jetzt hier ein Büffet. Mal einmal ordnen. Ach nee, das haben wir ja unten gelassen. Genau. Okay. So. So, da haben wir jetzt nochmal drei schöne Zimmer. Schöne große Zimmer vor allen Dingen. Mal gucken, ob uns das was bringt. Und hier wäre ja vielleicht auch ein Heizraum nicht schlecht. Den könnten wir auch schon mal bauen. Den Hauswirtschaftsraum. 2 mal 3 muss der sein. Also hier reicht's eigentlich. Dann machen wir hier nur die Tür hin. So. Das Fenster kann da bleiben. Das stört nicht. Oder? Ne, das machen wir weg. Zack. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den Heizraum. So. Da hinten können wir auch noch so ein großes Zimmer hinmachen. So. Wunderbar. Sehr schön, würde ich sagen. So, was haben wir hier noch? Spezial. Das Kino oder eine Lounge. Die Lounge kommt natürlich unten hin. Aber hier könnten wir ein Kino reinbauen. Machen wir das unten? Oder machen wir hier lieber noch zwei Schlafzimmer hin? Kino ist ja schon sehr geil, ne? Kino machen wir unten hin. Wir machen hier lieber noch ein Schlafzimmer hin. Achso, Fenster haben wir schon. Okay. So. Haben wir vier Stück. Und jetzt könnte man ja hier auch wirklich eine schöne Lounge machen, ne? Spezial. Lounge. Also hier diese Möbel, die haben wir eh noch nicht, glaube ich. Was passiert denn, wenn man jetzt die Lounge hier so groß macht? Geht das? Geht nicht. Okay, die Lounge braucht auf jeden Fall auch eine Tür. Ja gut, aber daran soll es ja nicht scheitern, ne? So, wenn man hier so eine Lounge hat. Die könnten wir so machen. So. Kriegen wir die Tür da nicht so mittig hin? Ne. Das geht nicht. Okay, dann machen wir sie so. Was fehlt jetzt hier? Achso, das ist jetzt Pflicht, ne? Mindestraum. Ach, vier mal fünf. Okay, alles klar. Jetzt hätten wir es. Ja, dann können wir es auch gleich so machen. Dann können wir hier auch noch die Tür versetzen. Reicht das für die Mitte? Ne, sieht nicht so aus. Aber fast. Cool, dann kommt da eine schöne Lounge hin. Finde ich gut. Einen Kamin dazu oder so. Komm, machen wir so. So. Okay. Was haben wir noch? Die Zwiebelsuppe können wir noch nicht machen. Die Küche auf Stufe 2 in Bergsee können wir auch noch nicht machen. Boah, wie machen wir das denn hier? Wir müssen hier den Aufenthalt unbedingt abschließen für acht Gäste. Hier sind wir jetzt voll, ne? Da haben wir ja die Schlafzimmer belegt, oder? Achso, ja, hier sind noch keine Betten drin. Okay, dann müssen wir jetzt die Betten bauen, wohl oder übel. Wir hätten ja hier noch die, erstmal die einfachen Betten. Nehmen wir erstmal die einfachen Betten. Ja, wir nehmen erstmal die einfachen Betten. So. Na, die werden wahrscheinlich schon wieder so hohe Anforderungen haben, die Gäste. Ach, wisst ihr, warte, komm. Wir stellen Betten her. Bup, 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 bup. Betten. Wir haben ja schon Stufe 4, himmlisches Dijon-Bett. Schaut ja sehr schön aus. Oder ein liebliches Lavendelbett. Wir machen jetzt mal hier vier Sterne. Machen wir. Also Stufe 4 machen wir. Und wir machen mal drei Betten. So, dann haben wir den Frisiertisch. Den Kleiderschrank haben wir noch gar nicht auf Stufe 4. Okay, dann machen wir drei Kleiderschränke. Oh, da fehlt uns Material. Das Kiefernbrett. Wir müssen Holz sammeln. Okay. Dann. Na, das war der falsche Knopf. Platzieren wir mal drei. Wir machen mal drei Zimmer hier. Wir versuchen das mal. So. Eins. Zwei. Und hier unten. So. Oh, das ist doof, weil da das Fenster ist. Okay, dann ist das Zimmer ein bisschen anders. So. So. Dann holen wir uns von hier vorne den Ofen ab. Den hier. Den Ofen hier. Den stellen wir hier hin. Oben. Ah. So. Zack. Badezimmer. Was haben wir jetzt an Badezimmerzeug? Wir haben nur das Stufe 1 Zeug, ne? Gar nichts. Okay. Lampen hier noch ins Zimmer. Dann können wir hier zumindest schon mal so ein paar Gäste parken. Äh. Schlafzimmer. Schlafzimmer. Äh. Badezimmer. So. Herstellung. Badezimmer. Gucken wir mal. Jetzt gucke ich wieder falsch. Da oben. Badezimmer. Also. Waschbecken. Thron. Prachtvolle Badewanne. Jetzt haben wir zwei gemacht. Naja, ist egal. Einmal zu viel geklickt. Mist. Badewanne. Wo ist unser Waschtisch? Den habe ich doch auch hergestellt, oder? Da ist er. So, gibt es noch eine Lampe hier. Zack. So. Henk. Komm mal mit. Du musst jetzt mal hier ein bisschen Holz reinlegen. Ein bisschen Brennstoff, damit das nicht so kalt ist hier drin. So, zack. Alles klar. So. So. Wir haben noch drei Zimmer. 15 Grad. Okay, das dauert jetzt einen Moment, aber das kriegen wir hin. Zack. So. Haben wir schon mal ein paar mehr. Alles klar. Jetzt müssen wir ein bisschen Material sammeln, haben wir ja festgestellt. Kiefernbretter haben wir keine mehr. Okay. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Oh, was ist das? Was ist hier los? Können wir hier irgendwas machen mit? Oh ja. Ach, guck mal hier. Zwei Anfragen mehr. Alte Schneeraupe. Na klar. Wunderbar. Diese alte Maschine sieht so aus, als wäre sie früher überall hingelangt. Man stelle sich mal vor, dass sie früher durch dieses Tal geheizt ist. Plus zwei zusätzliche Anfragen pro Tag in diesem Gebiet. Ja, sehr schön. Ah, dann ist es aber auch kalt hier, ne? So. Gibt es hier noch irgendwas? Wo kommen wir hier hin? Ach so, Goldgräberausrüstung haben wir leider nicht. Oh, klasse. Da gibt es auch wirklich Kiefernbretter dabei. Das ist gut. So. Nehmen wir alles mit hier. Ähm. Also diese 10, 5 Sterne Bewertungen in Holzkreuzung. Ich glaube, die sind auch nicht ohne, oder? Da können wir doch mal eigentlich auch mal gucken gehen. Holzkreuzung. Können wir ja mal hin. So. 10, 5 Sterne Bewertungen brauchen wir. 38 Deko. Haben wir ja locker. Ach so. Ich frage mich gerade, bezieht sich das eigentlich hier auf die Dekoration vom Zimmer? Wahrscheinlich, ne? Haben wir nicht. Von dem kriegen wir also schon mal keine 5 Sterne. 12 kriegen wir aber hin. Dann nehmen wir den. Ach so, aber der will 18. Kommt vor. Boah. Also auch Holzkreuzung müssten wir ein bisschen ausbauen. Aber wie sollen wir das machen? Da ist so wenig Platz, Leute. Da ist doch nur so eine kleine Hütte. Noch mehr Deko-Kram kaufen, wa? Okay. Wir versuchen das mal. Also. 19. 19 Deko haben wir. Oh, guck mal hier. Da. 6. Ich weiß es nicht. Erstmal Geld. Liegt da Müll rum da drin? Tatsache. Schämen solltet ihr euch. Die Zwiebelsuppe können wir ja nicht kochen. Da fehlt uns einfach das Rezept dazu. Da könnten wir vielleicht noch mal bei unserer netten Ziege vorbeigehen. Und gucken, ob die noch ein paar Rezepte hat. Ach so. Moment. Ich habe noch einen Tipp gekriegt wegen des Brotes. Wir reisen mal ganz kurz. Zack. Wir müssen zum Bergsee, glaube ich. Ja. Denn am Bergsee war ja die Ziege. Da wollen wir ja auch noch hin. Und da wandern so unsere Gäste. Ist es nicht schön? Ist doch prima, oder? So. Ich habe noch einen Tipp gekriegt. Und zwar geht es ums Brot. Also wir haben ja hier kein Rezept für Brot. Aber irgendwas war mit Schneiden. Ich soll doch mal auf dem Schneidebrett gucken. Ob wir hier was machen können. Aber ich habe doch das Rezept nicht für das Brot. Ich glaube, das ist so nix. Wir gehen noch mal hier bei unserer Ziege gucken. Ob die noch was Neues hat. Ne, Julia hat nix Neues. Julia, hast du noch irgendwas für uns? Oh nein. Ich sollte mich wirklich nicht mehr so leicht erschrecken lassen. Ja, es tut mir auch leid. Das gehört mir nicht. Okay, das gucken wir uns besser nicht an. Klauen wollen wir natürlich nicht. So was blinkt da. Ach, Erdbeeren. Wir sind auch noch ein paar Erdbeeren. Nehmen wir auch noch mit. Und dann können wir ja vielleicht gleich schlafen. Oh, was haben wir hier? Tomaten wieder. Achso, da wächst ja immer das Gleiche, ne? Hier haben wir noch Kräuter. Nehmen wir die auch noch mit. So. Dann gehen wir noch mal in die Küche und gucken noch mal, was wir so herstellen können. Kartoffelpüree können wir noch mal machen. Machen wir schon mal Brennstoff, machen wir schon mal hin. Achso, hier. Karten automatisch ausfüllen können wir ja machen. Äh, Kartoffelpüree und Brennstoff. Dann machen wir Kartoffelpüree. Gehen wir mal zurück. Buttermais können wir nicht machen. Pfefferminze haben wir nicht. Die Erdbeerbohl können wir vielleicht noch machen. So. Kriegen wir auch noch ein paar. Schnibbel, schnibbel. Können wir eigentlich selber Rezepte entdecken? Ne. Hätte ja sein können. So, alles mitnehmen. Dann schauen wir mal, ob die hier noch was drin gelassen haben. Ja, da ist noch jede Menge drin. Dann schlafen wir. Neue Besucher an. Okay. Haben wir irgendwas erledigt hier? Nee. Ah. Hm. Also die A24 müssen wir wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen pimpen. Also gut, das mit der Zwiebelsuppe, das wird jetzt einfach noch nichts, weil uns einfach das Brot fehlt. So ist das. Was blinkt denn eigentlich hier? Nix. Da liegt Müll rum. Ihr habt Spaß, ne? Ihr findet das gut hier. Ist ja auch ganz nett. Wir müssen erst die Hauptquests zu Ende machen. Erst diesen Aufenthalt in Winterberry. Das müssen wir zuerst mal schaffen. Hier gibt es noch ein bisschen Kamille. Können wir noch ein paar Teechen kochen. So, was ist das für ein Schild? Wer genau kann jetzt die Waldbrände verhindern? Tja. Das ist eine gute Frage, Hank. Also Leute. Da wisst ihr Bescheid. Wir hängen jetzt ein bisschen in den Quests. Ich glaube, ich werde nochmal hier in A24 vorbeischauen. Also an dem Motel an der Autobahn. Und guck mal, ob ich das noch ein bisschen optimieren kann. Das ist das eine. Und natürlich hier die Winterberry-Gäste. Die müssen wir halt jetzt auf jeden Fall vollkriegen. Und das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Schauen wir mal. Man kann leider die Zeit nicht beschleunigen. Das wäre jetzt halt ziemlich cool. Dann hätten wir das sicherlich fix erledigt. Aber gut. So ist es nun mal. Dann sehen wir uns wieder. Ja, sobald die Quest hier erledigt ist, dann nehme ich wieder auf. Dann geht es also dann in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben. Da freue ich mich drüber. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier in unserem bärigen Gasthof oder in unseren bärigen Hotels weiterbauen. In diesem Sinne, wir hören uns bald. Auf Wiedersehen.